Hallo, hier ist Dirk Heidemann. Hallo Österreich, hallo Deutschland. Ich bin hier in Nangtou, Taiwan, weit weg von Österreich in Deutschland, in einer ganz bekannten Tanzschule, die ganz tolle Turnierparade hat. Und wir machen hier heute 10.000 Schritte für Care. Wir machen also nicht 10.000 Schritte, die wir laufen, sondern wir machen 10.000 Schritte, die wir tanzen. Wir haben hier also unsere Care-Aktion, 10.000 Tanzschritte für Afrika. Und das ist noch einmal, um zu erinnern, viele Mädchen und Frauen, junge Frauen in Afrika, haben keine Möglichkeit zur Schule zu gehen oder haben keine Möglichkeit eine Ausbildung zu machen, weil sie eben jeden Tag um die 10.000 Schritte gehen müssen, um Wasser zu holen von einem Brunnen für ihr Dorf, für ihre Stadt. Und deswegen machen wir, um diesen Leuten zu helfen, diesen Frauen zu helfen, diese G-T-Teile, diese Aktionen. Okay, so, jetzt haben wir den Jive beenden und jetzt wollen wir gucken, was der Roger da auf seinem Smartphone hat. Wir machen hier keine Werbung. Wie viel hast du da drauf jetzt? Das sind 10.000 und 12 Schritte. Dann können wir spenden auf www.care.de. Geht auf Dirk Heidemann. Da habe ich meine Seite, da läuft noch das Video. Bye-bye from Taiwan to Germany and Austria. Bye-bye from Taiwan. Bye-bye. Bye-bye.